Hi, it's me, David, the PhD candidate. So würde ich euch begrüßen, wenn ich diesen YouTube-Channel in der Sprache halten würde, in der die Informal Learning letzte Woche stattgefunden hat, nämlich auf Englisch. Die Informal Learning war eine Konferenz in der Ruhr-Uni Bochum und hatte zum Thema den Spatial Turn und seine Implikationen auf formale, bzw. informale Lernkontexte. Und der Spatial Turn ist natürlich was, was mich als studierten Geografen, ja, ich will jetzt nicht sagen unturnt, wobei sich natürlich dieser Wortwitz anbietet, aber letzten Endes ist es doch eine Komponente, die man auch bei digitalen Lernumgebungen immer mitdenken sollte. Letzten Endes für alle, die nicht Geografie studiert haben, der Spatial Turn bezeichnet einen Paradigmenwechsel in den vorwiegenden Sozialwissenschaften, dass man wieder die räumliche Komponente von Phänomenen betrachtet. Das heißt, gerade im Digitalen, also im Internet, wenn ich eine Lernumgebung habe, wo viele Menschen zusammenkommen, dann entsteht dort kein Raum im Sinne eines dreidimensionalen Konstrukts, in dem ich mich bewege, sondern vielmehr ein soziales Gefüge. Und das kann man auch als Raum bezeichnen. Und was in diesem Raum passiert, was für Konstellationen sich dort auf dieser Lernumgebung in dem Kontext dann ergeben, das wird eben auch wieder immer mehr in den Fokus gerückt und betrachtet. Das finde ich eine sehr spannende Sache, weil letzten Endes sind wir Menschen ja soziale Wesen und es ist uns nur ureigen, dass wir miteinander kommunizieren. Und über die digitale Welt können wir das natürlich in vielfältiger Art und Weise tun. Und wenn wir Lernkontexte produzieren, müssen wir das irgendwie berücksichtigen bei der Planung und Konzeption dieser Lernräume. Es ging auf der Konferenz natürlich auch um tatsächlich physische Lernräume, also wie gestalte ich ein Klassenzimmer oder einen Seminarraum, dass Studierende oder Lernende dort bestmöglich arbeiten und lernen können. Und es ging auch ganz viel um generelle Dinge, was kann in der Pädagogik und in der Didaktik passieren, um diese Räumlichkeit, diese neue Räumlichkeit, ja, um der Rechnung zu tragen. Also in der Hinsicht war das eine sehr spannende Tagung. Ich möchte mich ja bei dem Tagungsteam herzlich bedanken, dass ich meine Forschung dort vorstellen durfte und natürlich auch bei allen Anwesenden für die zahlreichen, ja, sehr wertvollen Inputs, die tatsächlich sehr zum Nachdenken angeregt haben. Und ich werde so ein paar Dinge auf jeden Fall in meine Arbeit einfließen lassen, weil gerade dieses informelle Lernen, also das Nicht-Formale, das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Und auch das kann man bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall planen. Und das ist eigentlich, ja, das ist ziemlich spannend, was da passieren kann. Wir hatten auch eine kleine Führung über den Campus der Ruhr-Uni Bochum, weil die dort sehr viel Kunst am Bau haben. Und mit Verlaub, das hat dieser Campus dringend nötig. Denn wer mal dort war und sich die Betonklötze angeschaut hat, der weiß, wie der Campus dort ausschaut. Das hat natürlich einen sehr eigenen Charme. Mir persönlich gefällt das nicht so. Also da bin ich ganz froh, dass ich hier in Karlsruhe bin. Wobei der Campus nicht minder imposant erscheint deshalb. Also gerade das Gebäude des Audimax, was da wirklich im Zentrum des Campus steht, das ist ja sehr, sehr gewaltig. Und das ist auch das Schöne als Wissenschaftler, wenn man auf Konferenzen geht, dass man sich mit anderen Menschen austauschen kann, dass man mal rauskommt aus seinem eigenen oder gewohnten Umfeld, um einfach auch andere Eindrücke und Einblicke in sein Fach zu gewinnen oder in sein Fachgebiet. Und ich bin sehr gespannt, auf was für Konferenzen ich mich in nächster Zeit noch tummeln werde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.